Hi, ich bin Frank und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit Perfekthold arbeiten. Wir gehen ins manuelle Garen, scrollen zur zweiten Oberfläche, auf der wir diese Funktion finden. Sagen wir, wir wählen eine Temperatur von 73 Grad für eine Zeit von 20 Minuten. Bestätigen und Programm starten. Die Ready-to-Cook-Funktion wird den Garraum runterkühlen. Sobald die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal. Nun Produkte einschieben, Türe schließen und es geht automatisch in unsere Haltefunktion Perfekthold.